Tagesdosis Die Europa-Ideologie Selbst die Linkspartei bläst ins pro-europäische Horn und schwächt damit die nationalstaatliche Souveränität Von Andreas Wehr Im Wahlkampf zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 kommt die Partei Die Linke kaum vor. Ihre Spitzenkandidaten sind weitgehend unbekannt, Ihre Wahlkampfslogans und Plakate unterscheiden sich kaum von denen der anderen Parteien. Mit Sarah Wagenknecht fehlt auf den Kundgebungen ihre wichtigste Politikerin. So bleibt es den Jusos überlassen, die linke politische Debatte mit Forderungen nach Vergesellschaftung zu bestimmen. Der Mythos vom sozialen Europa Die Linke versucht hingegen mit der Forderung nach einem sozialen Europa zu punkten. In ihrem Wahlprogramm heißt es, Zitat, Wir kämpfen für ein soziales Europa, für eine andere europäische Union, in der alle gut arbeiten und leben können. Die Linke steht für die europäische Idee von sozialer Gerechtigkeit, Humanismus und internationaler Solidarität. Die Linke befürwortet ein geeintes Europa. Zitat Ende Damit unterscheidet sie sich nicht von SPD und Grünen. Auch dort wird das soziale Europa beschworen. So heißt es bei der SPD, Zitat, Es gilt, das alte soziale Versprechen Europas einzulösen, auf das die Bürgerinnen und Bürger schon so lange warten. In den letzten Jahren haben sie häufig das Gegenteil eines sozialen Europas erlebt. Zitat Ende Und die Grünen verkünden, Zitat, Nur ein soziales Europa ist ein starkes Europa. Zitat Ende Zwar verlangt die Linkspartei zur Realisierung des sozialen Europas auch eine Änderung der Verträge, Zitat, Sogleich sind wir überzeugt, dass die derzeitigen EU-Verträge keine taugliche Grundlage für ein soziales, demokratisches, ökologisches und friedliches Europa sind. Zitat Ende Doch diese Forderung ist wohlfeil. Gibt es doch nicht ein einziges Mitgliedsland, das bereit wäre, die Verträge im Sinne der Linkspartei neu zu fassen. Für eine Vertragsänderung ist die Zustimmung aller 28 Länder erforderlich. Was die Bedeutung der Parole vom sozialen Europa angeht, so hat dazu der Gesellschaftswissenschaftler Martin Höppner alles gesagt. Zitat Ein Mythos ist, dass uns, so wie es die Feiertagsreden nahelegen, mehr Europa dem sozialen Europa näher bringt. Diese traditionelle Erzählung hat über die Jahre ihren Sinn verloren und bleibt dennoch ein hartnäckiger Bestandteil sozialdemokratischer und gewerkschaftlicher Selbstvergewisserung. Zitat Ende Dessen ungeachtet gehört diese traditionelle Erzählung auch weiterhin zum festen Bestandteil der Selbstvergewisserung der Partei Die Linke. Die Linke lässt sich in ihrer Forderung nach einem sozialen Europa auch nicht durch die Tatsache beirren, dass der griechische Frühling unter Führung der mit ihr verbündeten Partei Syriza erst vor wenigen Jahren spektakulär gescheitert ist. Noch bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2014 hatte die Linkspartei große Hoffnungen, mithilfe einer linken Regierung in Athen, die EU Schritt für Schritt auf einen fortschrittlichen Kurs zwingen zu können. Die Parole lautete Zitat Die Bundestagsfraktion der Linkspartei veröffentlichte großformatige Anzeigen mit dem Slogan Mit Syriza für ein soziales und demokratisches Europa. Der Vorsitzende der griechischen Linken, Alexis Tsipras, war bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 gemeinsamer Spitzenkandidat der Partei Europäische Linke. Von diesen Hoffnungen ist nichts geblieben. Unter Führung der deutschen Bundesregierung wurde die griechische Regierung schon bald nach ihrem Amtsantritt im Sommer 2015 auf den neoliberalen Austeritätskurs der EU festgelegt. Die Athener Regierung widersetzte sich dem nur halbherzig. Durch ihr bedingungsloses Festhalten an der Mitgliedschaft des Landes in der Eurozone bzw. in der EU hatte sie selbst jede Alternative verworfen. Dieses Scheitern des griechischen Frühlings wurde von der europäischen Linken bis heute nicht aufgearbeitet. Es wurde vielmehr der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Populisten und Nationalisten abwehren Die Forderung nach einem sozialen Europa hat durch diese Niederlage an Glaubwürdigkeit verloren. Indem sie seit Jahrzehnten wieder und wieder von linken Parteien wiederholt wird, ohne dass man ihrer Realisierung auch nur einen Schritt näher gekommen ist, hat sie ihren Glanz verloren. Und so steht diese Forderung heute auch nicht mehr im Zentrum des Wahlkampfes der Linkspartei. Vielmehr reiht sich die Partei nahtlos ein in den alles dominierenden Kampf gegen Nationalisten und Populisten. Dabei unterscheidet sie sich weder von den übrigen Parteien, seien es die CDU, CSU, SPD, FDP oder die Grünen, noch von den großen Medien. Am 26. Mai gehe es, behauptet etwa die Süddeutsche Zeitung, um die Abwehr des Ansturms der Populisten. Gegen diese Gefährder des Einigungswerks geht man auf die Straße. Seit 2016 gibt es dafür die Bewegung Pulse of Europe, die, Zitat, einen Beitrag dazu leisten will, dass es auch in Zukunft ein vereintes, demokratisches Europa gibt. Ein Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlagen des Gemeinwesens sind. Zitat Ende. Auf ihrer Webseite kann man lesen, Zitat, Europa steht vor einer Schicksalswahl. Zum ersten Mal ist zu befürchten, dass europafeindliche Kräfte einen maßgeblichen Anteil der Sitze im Europaparlament gewinnen können. Es kommt jetzt auf uns Bürgerinnen und Bürger an, das Herz Europas zu verteidigen. Zitat Ende. Dafür sei es notwendig, Zitat, nationalistischen und protektionistischen Strömungen entgegenzutreten. Zitat Ende. Es sind also die Guten, die sich hier zu Wort melden. Es ist aber nicht nur Pulse of Europe, das jetzt die Werbetrommel für Europa, worunter stets nur die EU verstanden wird, rührt. Unzählige öffentliche und private Initiativen fordern zur Stimmabgabe am 26. Mai für proeuropäische Kräfte auf. So schaltete etwa der Verband der Chemischen Industrie, VCI, Großanzeigen in deutschen Tageszeitungen unter der Überschrift Europa braucht ihre Stimme. Ihre. Weiter heißt es, Zitat, Eine Renationalisierung der Politik, wie von EU-Kritikern gefordert, wäre angesichts der zunehmenden Komplexität vieler Politikbereiche rückwärts gewandt. Zitat Ende. Der Journalist der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, forderte dann auch, Zitat, Der Wahlkampf zum 9. direkt gewählten EU-Parlament muss zu einer Bewegung werden, nicht nur der politischen Parteien, die sich zu Europa bekennen. Zu dieser Bewegung müssen auch Gewerkschaften, Arbeitgebervereinigungen, Wohlfahrtsverbände und Bürgerinitiativen gehören. Zitat Ende. Entscheidend ist, dass alle die EU befürworten. Und so ist es egal, welche Partei man im Mai wählt, ob CDU, CSU, SPD, FDP, Die Grünen oder Die Linke, Hauptsache man wählt die Richtigen, die Europa-Befürworter. Was immer du wählst, wähl Europa, lautet der Slogan von Pulse of Europe. Die Partei Die Linke wird von den Medien zu den pro-europäischen Parteien gerechnet. Und das zu Recht, sprechen doch auch ihre Vertreter auf den Kundgebungen von Pulse of Europe. Zum Beispiel anlässlich eines Auftritts der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Dort hieß es, Zitat, 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 Zitat Ende. Und so setzt auch Die Linke, wie die anderen pro-europäischen Parteien, ganz auf den Kampf gegen Populisten und Nationalisten. In ihrem Wahlprogramm heißt es dazu, Zitat, 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 Auseinandersetzung finden sich hingegen auf nationalstaatlicher Ebene. Nur dort existiert ein Mindestmaß an demokratischen Rechten. Rechte, die in langen und oft blutigen Auseinandersetzungen vor allem von der Arbeiterbewegung erkämpft wurden. Zwar gibt es auch hier beständig Versuche, diese Rechte einzuschränken, aber auf nationaler Ebene existiert zumindest die Möglichkeit, diesen Angriffen organisiert entgegenzutreten. In der EU ist das unmöglich. Daher wäre es nur konsequent, wenn die Arbeiterbewegung und mit ihr alle fortschrittlichen Kräfte jeder weiteren Übertragung von Kompetenzen an die EU Widerstand leisten würde. Ihre Aufgabe wäre es darüber hinaus, für die Rückübertragung dort in abgegebener Hoheitsrechte einzutreten, denn jede Schwächung nationalstaatlicher Souveränität reduziert ihre Einflussmöglichkeit. Schließlich werden inzwischen so gut wie alle Angriffe auf die demokratischen und sozialen Rechte der lohnabhängigen und benachteiligten unter Einsatz der Europäischen Union vorgetragen. Jene Kräfte, die mehr Europa fordern, schwächen daher den Nationalstaat und damit Demokratie und Sozialstaat. Zu diesen Kräften gehört leider auch die Partei Die Linke, die in ihrem Wahlprogramm behauptet, Zitat, progressive linke Politik auf europäischer Ebene bedeutet, mehr Europa wagen. Zitat Ende. Zitat Ende. Untertitelung des ZDF, 2020